Ich brauche mal einen Rat. Welches ist die beste Abteilung für Diagnostik im Umkreis von 60 Meilen? Wir sind das. Wir sind nicht da. Haus ist in Baltimore und belügt wegen der Abrechnung die Versicherung. Und? Ich bin da, wie Sie sehen. Sie sind nicht Haus. Wieso übertragen Sie mir die Leitung der Abteilung, wenn Sie mir das nicht zutrauen? Weil es nur vorübergehend ist und weil es eine Anweisung war. Was sind die Symptome? Oh, kommen Sie. Sie wollen eine Diagnose stellen, ohne den Mann mal gesehen zu haben, zum Beweis, dass Sie genauso brillant sind wie Haus? Ich will Sie wissen, damit ich weiß, welche Klinik ich empfehlen muss. Nach dem Bericht weist der Patient nach einem Sturz auf den Schädel eine Aphasie auf. Oh, ein neurologisches Problem. Ich kenne da ein paar hervorragende Ärzte in diesem Fachbereich, da ich selbst Neurologe bin. Sie schmollen. Ganz und gar nicht. Taylor ist ziemlich gut. Haus wollte ihn einstellen, bevor er meine Vita gelesen hat. Es ist Fletcher Stone. Er hat zwölf Bücher geschrieben und drei Regierungen diffamiert. Bevor er das auch mit uns macht, möchte ich... Schon klar. Berühmter Patient braucht berühmten Arzt. Ich rufe Teller an. Danke. Oder wie wär's, wenn Sie ihn anrufen? Womöglich sag ich irgendwas Dummes. Oh Gott. Haus ziert sich nicht so. Nehmen Sie Drogen? Ich hab meine Funktion verlegt. Hauszeichnung. Er hat exzessiv getrunken, ist jetzt aber seit fast einem Jahr trocken. Mr. Stone, Sie denken, Sie sprechen normal, aber Ihre Sprachfunktion ist gestört. Er weiß, was er sagen will, aber auf der Suche nach Worten findet er immer andere. Ich kämpfe Durchschnitt. Tänzer glitzert? Er weiß nicht, dass er unsinniges Zeug redet? Für ihn hört sich alles richtig an, aber... Bitte schreiben Sie mal Ihren Namen und zeichnen Sie ein Gesicht. Wir nennen das Agrafie, Verlust des Schreibvermögens. Meistens ist es nur vorübergehend. Wie stark hat er sich den Schädel angeschlagen? Es war ein ziemlich hässlicher Crash. Es war ein furchtbar lautes Geräusch. Verstehen Sie, was ich sage? Aber lächerlicher. Antworten Sie nicht mit einem Satz. Sagen Sie nur Ja oder Nein. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Elizabeth. Fletch. Alles in Ordnung? Wir wissen noch nichts. Das ist seine Chefin. Greta Sims. Ich wollte nur sicher gehen, dass keine falsche Story erzählt worden ist. Wie viele gibt es denn? Er ist nicht gestolpert, sondern hingefallen. Ganz plötzlich. Sein Fuß hatte vorher etwas gezuckt, deswegen sah es aus, als wäre gestolpert. Meningitis oder Meningitis sind für mich die Verdächtigen. Geben Sie ihm Antibiotika. Es ist vielleicht eine Autoimmunerkrankung. Lupus, Bichette. Geben wir ihm hochdosierte Steroide. Wenn eine Enzephalitis hat, schwächen die Steroide vielleicht sein Immunsystem. Formen? Wie hoch ist das Fieber? Stellen Sie mich auf Freisprechen. Und wieso haben Sie mich nicht angerufen? 38,3. Woher wussten Sie das? Habt ihr Kids gedacht, ihr könnt eine Party machen, während der Vater aus dem Haus ist? Und er würde es nicht erfahren? Geben Sie als erstes ein Breitbandantibiotikum wegen möglicher bakterieller Meningitis und ein Virustatikum. Für den Fall, dass wir Glück haben und es Herpes Enzephalitis ist. Und wenn es eine Autoimmunerkrankung ist? Dann sind wir angeschissen. Und deswegen brauchen wir mehr Informationen. Irgendeine genetische Vorbelastung in der Familie? Man kann nicht reden und die Patientendaten sind glückenhaft. Seine Frau kennt ihn erst ein paar Jahre. Hat das MRT irgendwas gezeigt? Der CT-Scan war negativ. CT soll das MRT bedeuten, ja? Exzellent. Das erspart uns natürlich eine Menge Zeit. Das MRT läuft in 20 Minuten. Früher konnte Formen das Gerät nicht kriegen. Von mir, Chase, lernten Sie das Lügen und Stehlen. Und sobald ich Ihnen den Rücken kehre, stellen Sie sich in die Warteschlange. Ich will ein MRT und eine Anamnese. Haben Sie verstanden? Der Mann kann nicht reden. Na und? Wahrscheinlich lügt der Kerl sowieso. Ich komme hier erst in ein paar Stunden weg. Also bis dann. So, du bist also unser Chef, denn du bist ja auch seiner. Sind in Ihrer Familie neurologische Probleme bekannt? Nein. Waren Sie in den letzten fünf Jahren mal im Ausland? Ja. In den letzten drei Jahren? Ja. In den letzten zwei? Mit beruflichen Reisen war er vor zwei Jahren Schluss. Er ist zur Beziehung fester worden. Urlaubsreisen? Seine letzte ist ungefähr sechs Monate her. Er war in einem Golf-Resort im Key Biscayne. Es war ganz bestimmt kein Golf-Resort. So, wie ich Fletcher kenne, ist er durch alle Bars in den Keys gezogen. Letzte Sause vor dem Häuslichwerden. Alkohol? Nein. Amphetamine? Nein. Ihre Tests waren positiv. Er nimmt keine Drogen. Ich sagte ja schon. Als wir Verlobung feierten, fassten wir den Entschluss, ein anderes Leben zu führen. Er hörte auf mit dem Macho-Journalismus. Nie mehr riskante Sachen. Nie mehr. Das galt auch für seine Gesundheit. Er hat mich gebeten, es Liz nicht zu sagen. Er hat Sie also belogen, was seine Sucht betrifft. Ich würde sagen, ja und nein. Vor E, vor Elizabeth, hat er Drogen nur hin und wieder konsumiert. Ich war nicht gerade begeistert, aber der Nervenkitzel machte ihn gerade zu dem Journalisten, der er war. Und jetzt? Nach E? Ihr zuliebe hat er sein Leben völlig verändert. Den alten Adam weggeworfen. Doch die Drogen? Zum Heilen. Sozusagen. Er hatte Einschlafprobleme. Dieser neue Vorstadt-Lebensstil. Es fehlte die Aufregung, das hat ihn aus der Bahn geworfen. Also hat er Schlaftabletten genommen. Wenn er da von K.O. war, schluckte er was, das ihn wieder munter machte. Ich glaube, es ist sein Magen. Ich fühle indigent. Ich lag es am Essen. Er macht es fortwährend. Ich fühle indigent. Hast du Hunger? Nein. Nein, Herr Schmerzen, sind Sie vielleicht stechend? Nein. Indigent. Geschmack? Ja. Ist es, ähm, ein metallischer Geschmack? Ja. Ich komm gleich wieder. Ah! Dein Telefon ist tot. Lädst du nie die Akkus auf? Geht das denn? Ich kauf mir immer ein neues Telefon. Ich finde, du solltest wissen, dass dein Erfasiker Metall schmeckt. Wie hoch ist dein Kreatinin? 6,8. Er hat eine Niereninsuffizienz. Cameron hält ihn auf Dialyse. Er ist jetzt erstmal stabil. Anders als Kathy, die ist eher suizidal. Es ist entweder Meningitis oder Encephalitis. Oder vielleicht eine Autoimmunerkrankung. Na super, dann haben Sie es ja beim Essen schön eingegrenzt. Ich schlage vor, wir reden mit Haus. Wir erreichen ihn nicht. Er geht nicht ans Handy. Auf jeden Fall rate ich zur Lumbarpunktion. Wir haben keine Alternative. Sie müssen das schon richtig machen. Ich verstehe nicht. Entweder Sie entscheiden sich für eine Lumbarpunktion oder Sie müssen mich feuern, damit ich nicht gleich Sie alle feure, wenn ich wieder das Sagen habe. Ist Kathy schon gegen die Wand gerannt? Wenn ich gewusst hätte, dass Sie nicht zu erreichen sind, dann hätte ich... Sie kriegen das schon geregelt. Na klar. Bisher haben ja nur drei Organsysteme versagt. Okay, Sie packen es also nicht. Macht nichts. Der Kerl ist zum Abhauen nicht stabil genug. Also laufen Sie woanders gegen die Wand. Ich gehe. Rufen Sie an, wenn Sie fertig sind. Was meinten Sie vorhin mit dem Richtigmachen? Meinten Sie damit DLP? Der Kerl weiß irgendwas, dass er uns verschweigt. Vielleicht die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Aber er kann nicht kommunizieren. Hatten Sie den Eindruck, dass er versuchte, Ihnen irgendwas Wichtiges mitzuteilen? Nein. Na ja, weil Sie ihm nicht genug Angst gemacht haben. Wahrscheinlich haben Sie gesagt, oh ja, wir werden Sie gut versorgen. Warum soll er dann auch was sagen? Wenn Sie ihn vorbereiten, sagen Sie, Sie werden sterben. Zerstören Sie alle seine Hoffnung und lassen Sie es nicht Cameron machen. Kadi? Haben Sie ein Problem damit? Sie werden eine Lumbarpunktion erhalten. Versprechen Sie sich davon aber keine Lösung des Problems. Denn wenn sich der Zustand Ihres Mannes weiter verschlechtert, dann... Dann werden Sie sterben. Wenn da irgendetwas ist, das Sie uns nicht gesagt haben... Haus, wir reden mit ihm schon seit Stunden. Möglicherweise hat er aufgegeben. Haben Sie mir auch alles gesagt, was Sie bei ihm gefunden haben? Nein. Wir verschweigen was. Vielleicht ist es kein Reim oder ein Synonym. Was soll es sonst sein? Sollen wir vielleicht wild drauf losraten? Wie wäre es, wenn sich Haus irrt? Ich hoffe, den Gedanken führen Sie noch zu Ende. Das Wort Fleck hat er schon mal erwähnt, als Chase das MRT gemacht hat, bevor wir ihm Angst gemacht haben. Ah ja? Steht hier drin. Er spricht also nur bei MRTs und Lumbarpunzonen? Heißt das, er kann nur reden, wenn er eine Nadel im Rücken hat? Nein, wenn seine Frau nicht da ist. Je gewaltiger das Gefühl, desto mehr wird gelogen.